Vom La-Familie-Freiklaub in Halle, Christopher the Joker-Petzer! Ringfall für die erste Runde, Ground One! Show-Go! 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 Reuner wieder, Reuner, Reuner, Reuner! Jawoll! Jawoll, genau! Schön konzentriert! Wir gepaft! Nicht stoffen, nicht stoffen, nicht stoffen, nicht stoffen, nicht stoffen, nicht stoffen! Stand down, stand down! Schöne, Gebrüche, Schöne! Dein linkes Knie drauf! Nein, linkes Knie! Neckes Knie! Geh einfach drauf, Schöne! Dein linkes Knie drauf! Nie, Junker! Nichts Knie drauf! Los, rauf, rauf! Geht nur noch ein bisschen, so mit dem Tor! Zu Mitte drüben! Zu Mitte, Joker! Und in Richtung, Joker! Joker, zu uns! Und zum Drücken! Ein Bogen! Ein Bogen! Ein Bogen! Jawohl! Ein Bogen! Jawohl! Jawohl! Nicht überrasen, Joker! Nicht überrasen! Triff die Hand weg! Eine Hand weg, Joker! Ja, triff die Hand weg! Triff die Hand weg, Joker! Triff die Hand weg, Joker! Triff die Hand weg! Triff die Hand auf den Boden! Joker, auf den Boden drücken! Joker, du haust jetzt deine Hände kaputt! Joker, Joker! Jawohl! Jawohl! Ja! 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 Das offizielle Puscher ziehe durch TKO nach 2 Minuten und 6 Sekunden in der ersten Runde. Der Kämpfer aus der roten Ecke, Tüterbach mit Schocker Hensel. Der Kämpfer aus der roten Ecke.